Servus miteinander, ich bin die bayerische Kartoffelkönigin Barbara I. Und ich geh gern aufs Oktoberfest, weil ich am liebsten geh in ein Bierzelt rein und trinke ein Maske. Lieblingszelt? Lieblingszelt, weil ich finde eigentlich alle ganz gut. Jetzt gehen wir dann gleich ins Sympodrom rein, aber ich glaube Augustina oder sowas ist auch nicht schlecht. Servus miteinander, ich bin die Hallertauer Hoppenkönigin und ich bin auch gern auf der Wiesn. Vor allem wegen der Stimmung, wegen den Zelten, ist schon eine super Geschichte. Ja, grüßt euch miteinander, ich bin die Geroldsbauer Hoppenkönigin, Christiane I. Und mir gefällt es super auf der Wiesn, ich bin jedes Jahr da. Und am meisten Spaß macht es mir einfach ein Bierzelt mit einem Maske Bier und einer guten Band, weil einfach eine super Stimmung ist. Und ja, so finde ich eigentlich alle Zelte recht gut, im Hacker ist immer recht viel los, und weil da immer größte Stimmung ist. Und ja, und jetzt heute schauen wir noch ins Sympodrom und hoffen, dass wir noch ein paar Prominente treffen. Sollt ihr jetzt während des ZDLF die ganze Woche hier in München, oder? Also ich bin heute zum ersten Mal da, da war so Königin in Dresden. Ah, genau. Super. 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 Super.